Die Kinder im Dorf machen heute Abend etwas ganz Spezielles. Aber was? Das ist eine Überraschung. Wisst ihr, was sie machen werden? Wow! Es ist ein Zirkus! Heute Abend werden alle Kinder hier im großen Zelt sitzen und die Show genießen. Aber wo sind die Zirkustiere? Ah, hier sind sie! Hey, was ist das für ein Lärm? Der Tierpfleger ist eingeschlafen. Die armen Zirkustiere haben noch nicht gegessen. Wenn die Tiere nicht essen, sind sie nicht in der Lage heute Abend vorzuführen. Aber warte mal! Kannst du helfen? Stelle sicher, dass jedes Tier sein Essen zu Ende isst! Bis auf den letzten Happen! Maus Michael kann seinen Trick nicht ausführen. Weißt du, was er braucht? Maus Michael, genieße deine Mahlzeit! Tolle Arbeit! Maus Michael hat seinen Teller leer gegessen! Egal! Egal! Seehund Whitney kann ihren Trick nicht aufführen, vielleicht braucht sie etwas zu essen Seehund Whitney genieße deine Mahlzeit tolle Arbeit Seehund Whitney hat ihren Teller leer gegessen Musik 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 Tolle Arbeit, Löwe Bob hat seinen Teller leer gegessen Musik 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 Hund Amy kann ihren Trick nicht aufführen, vielleicht braucht sie etwas zu essen Musik 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 Tolle Arbeit, Hund Amy hat ihren Teller leer gegessen Musik 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 Affe Frank kann seinen Trick nicht aufführen, weißt du was er braucht? Musik Affe Frank, genieße deine Mahlzeit Musik 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 Tolle Arbeit, Affe Frank hat seinen Teller leer gegessen Musik 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 Musik